Du hast die Meistfeldleine gerennt Ja da doch nicht Ey wo? Achso da bei der BGA ja Das war ich Habe ich die Kurven nicht ganz gekriegt Und dann Pitschi Alter Mann Heute ist es fast zu dritt hinten dran an jetzt oder was? Überhol mich heute Alter Von laut der Prall fahre ich echt zu dem unten Veredl Alter Locki Schaut sich gestört aus Alter Was hat der gemacht? Alter ist halt so krank ausgeschaut Was hat der gemacht? Ja vorher hat mich vorbeigestört Boah das muss ich jetzt Das laut jetzt